Eigentlich ist Yumi ja eher für Smartphones bekannt. Sie machen aber auch Kopfhörer. Und so ein Paar liegt heute vor mir. Die Yumi BTA 9. In den Amazon-Kommentaren war zu lesen, dass teilweise gebrauchte Ware verkauft wird. Mein ebenfalls über Amazon geliefertes Sample hat allerdings beide Klebestreifen noch vollkommen drauf. Ich gehe also davon aus, dass ich neue Ware bekommen habe. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Direkt im Inneren befindet sich das doch sehr futuristisch aussehende Headset. Ich habe das jetzt einmal aus der Verpackung genommen und ganz ehrlich gesagt, das kommt direkt weg. Yumi, die eigentlich bald Yumi Digi heißen, legen noch ein kleines Handbüchlein dabei. Jenes ist nur englisch und nicht deutsch, aber immerhin nicht chinesisch. Das ist ja auch schon mal was. Im Lieferumfang befindet sich noch ein Micro-USB-Kabel. Ein Netzteil ist nicht dabei. Das Headset wird über den linken Kopfhörer geladen. Bevor es mit dem Headset losgehen kann, müsst ihr es natürlich erstmal aufladen. Insgesamt liegen drei Gummiaufsätze dabei. Dann müsst ihr einfach mal schauen, welche euch besser passt. Nach einiger Zeit der Benutzung kann ich sagen, dass die Kopfhörer zuverlässig ihre Verbindung zum Smartphone behalten. Auch wenn ich das Headset nicht mit einem Yumi-Smartphone, sondern mit meinem OnePlus 3T benutze. Ein- oder zweimal hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wenn der Akku dann doch mal leer ist, man einen normalen Klinkenanschluss verwenden kann. Beim Sport ist der Akku bisher noch nicht leer gegangen. So lange gehe ich gar nicht laufen. Das passiert mir eher, wenn sie mit dem Notebook verbunden sind und ich auf der Couch liege. In Sachen Kompatibilität mit Smartphones, Tablets oder Notebooks gäbe es keine Probleme. Wenn selbst günstige Headsets wie das von Yumi so gut funktionieren, brauchen wir bald wirklich keine Klinkenanschlüsse mehr. Die Träger fürs Ohr sind übrigens ganz praktisch, wenn man mit dem Headset laufen gehen will. Brillenträger wie ich müssen sich aber wirklich zuerst organisieren, damit das nicht stört. Und was ist mit dem Sound, werdet ihr euch jetzt fragen? Der ist gut. Jedenfalls 25 Euro gut. Meisterwerke wird hoffentlich niemand erwarten. Eine Soundprobe bei Headsets ist leider relativ sinnlos. Aber hören wir doch mal ins Mikrofon rein. Das Yumi kann man natürlich zum Telefonieren verwenden. Hier könnt ihr mich hören, wie ich über das Yumi spreche. Die Aufnahme klingt, als hätte man ein altes Telefon mitgeschnitten. Gerade ist es im Hintergrund richtig leise. Aber das ist nicht immer der Fall. Nehmen wir mal an, im Hintergrund läuft Musik. Ihr seid zum Beispiel am Rande einer Party. Wie hört euch das gegenüber? Das können wir jetzt hören. Das Yumi-Headset filtert die Musik recht gut. Ich bin immer noch gut zu hören. Ich denke, bei den Aufnahmen hört man raus, wo bei einem 25 Euro-Headset der Rotstrich angesetzt wurde. Für 25 Euro geht das Gesamtpaket auf jeden Fall in Ordnung. Es gibt weitaus schlechtere Headsets für den Preis. Die Mischung aus Sound, Bluetooth und Laufzeit ergeben ein positives Gesamtbild. Das von dem, wie ich nochmal betonen möchte, wirklich sehr schön im Design abgerundet wird. Jetzt fehlt nur noch eine deutsche Bedienungsanleitung. Und USB-C. Dann bin ich zufrieden.